Hallo, hallo, hallo. Ähm, ja, auf die Herausforderung eines einzelnen Abonnenten, also, grummi, grummi, ne? Du weißt, Urteil erst nachdem du dir das ganze Video angeguckt hast. Und, ähm, übrigens, der Urteil hätte ich gerne als Video auf deinem Kanal. So, und damit Film bzw. Video ab. Hey, du, ja, genau du, da hin. Ja, ich weiß, ich guck dir in die Hand, aber ich sehe, da hin. Und, ja, genau du, findest du mich auch langweilig? Nein, jetzt mal vollkommen im Ernst. Tu mir einen Gefallen und sag mir Bescheid, ob du mich langweilig findest. Guck dir aber erst das komplette Video an, um dann nochmal dein Urteil zu fällen bzw. entweder irgendein Urteil zu bestätigen. Oder, äh, sagst du, langweilig ist was anderes. Oder, äh, hast du eine ganz andere Meinung, schreib's auch in die Kommentare. Aber, scheiße, erstes Video zu Ende. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ja, ähm, das war der erste Streich. Ihr erinnert euch doch sicherlich, wollte ich natürlich sagen, an das Video von Julian im Signal Iduna Park. Sprich, bei Borussia Dortmund, oder? Erinnert ihr euch, ne? Ja, natürlich. Natürlich erinnert ihr euch, weil es ist ja Julian, ne? Die Spitze konnte ich mir jetzt gerade einfach nicht verknallt, tut mir leid. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das am besten bewerben, das Video. Mit ein paar Ausschnitten. Dann habe ich folgenden Remix angefertigt. Wo ich auf der Gamescom gehe. Jo, Leute, noch ein bisschen zu. Jetzt aktioniert und zwar der Steven, der ist jetzt... Wir sehen uns einfach gleich an der Gamescom, ich hoffe es mal zumindest. Wir sehen uns einfach gleich an. Wir sehen uns einfach 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 an. Und dann machen wir jetzt mal einen kompletten Rundumschlag. So, Julian, ich und Steven in einem Video... Ja, okay, ich habe es ein bisschen zusammengebastelt, aber schaut es euch einfach mal an. Wir sehen uns einfach 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 an. So, und weiter geht's. Ich muss noch ein Versprechen einlösen. Also Dominik, ich hab mich mal wieder mit deinem Kollegen unterhalten. Und, äh, ja. Du weißt ja sicher nicht, was jetzt kommt. Also, bitte. Du weißt ja sicher nicht, was jetzt kommt. Und, äh, ja. Hm? So. Ja. Das war das für Dominik. Achso, und Dominik. Beim nächsten Mal. Musst du dich aber dann selber bei mir melden. Joa. Ähm. Soweit, so gut. Ähm. Ja, das war's auch eigentlich schon für heute. Und, dann bin ich auf euer Urteil gespannt. Bis dann. Jawohl, das war's auch schon wieder mit diesem, äh, schönen Video. Und, dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, ja, Kuckuck, äh, dass euch, äh, ein Daumen hoch, das auch wert ist. Und, ja, wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann schreibt mir bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und, tschüss.